Gute Grüße euch Freunde! Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge im Kradwerk. Was steht heute an? Wir haben eine kleine Endmontage von der Yamaha, dann kommt die raus. Und ganz wichtig, wir machen heute Baschtag. Das heißt, die Suzuki und die Yamaha werden mal wieder ordentlich auf Vordermann gebracht. Die ganzen alten Werkstatt-Staub runter und sowas. Und wenn die Zeit dann noch reicht, das Wetter sieht gut aus, schwinge ich mich auf die Yamaha drauf und mache mal die erste kleine Probefahrt. Los geht's! Try and gun me down Shoot your pistol at me Laugh at the sound T時 mal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik So, die Bikes stehen draußen, ich habe soweit schon mal alles vorbereitet, meinetwegen jetzt direkt los. Ich wasche meine Motorräder immer mit der Hand, gehe jetzt nicht irgendwo hin mit einem Dampfstrahler oder sowas. Einfach aus Gewohnheit, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie ausprobiert mit so SB-Waschanlagen, inwiefern da eventuell was kaputt machen kann, kann ich mir halt kaum vorstellen, wenn man vorsichtig ist. Aber, wie gesagt, ich mache es halt einfach immer mit der Hand. Musik 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 Looks Musik schnitaro Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So Freunde, das war's für heute. Die Bikes sind endlich wieder sauber. Dafür bin ich geschwitzt wie ein Schwein. Da ist wie ein Grünschmerz noch ein Kaltgetränk und macht dann mal so langsam Feierabend für heute. Vorher hätte ich allerdings noch eine Bitte an euch. Und zwar, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt dem Video doch mal einen Daumen nach oben. Und vor allen Dingen abonniert den Kanal und folgt uns auch auf Insta. Damit unterstützt ihr das ganze Projekt, damit das hier weitergehen kann. Ich würde mich selber darüber freuen. Dann ständig irgendwelche Filmscher zu drehen. Könntest du ja endlich mal da ist scheiß Sissi Bar markieren. Ah ja Mensch, wie sieht das aus? Ich trau mich ja, komm noch nicht hier fort. Ich hab vielleicht doch noch nicht Feierabend. Wir haben jetzt alle einen Auftrag. Ich markiere die Sissi Bar und ihr abonniert den Kanal. Alles klar? Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und ciao. Und jetzt sehen wir uns beim nächsten Video.